Yo Leute, was geht ab und willkommen zu Minecraft Ender Games und ja, heute mit dem Kid Link und ich will jetzt mit dem Kid Link gewinnen. Die gestrige Folge war irgendwie ein bisschen scheiße, aber ja, so scheiße war es ja auch nicht, aber es geht. Oh ja, die Runde sieht gut aus und Kid Link, ihr seht schon, ich habe nur drei Herzen. Das wird auch so bleiben, bis ich geportet werde oder jemand kill. Dann sieht es nämlich anders aus, weil wenn ich dann mehr Herzen habe und ich habe eine gute Ausrüstung von Iron und Reichtum und ich habe 20 Herzen, bin ich unbesiegbar. Ja, es ist einfach so. Ein Zaubertisch wäre jetzt auch noch ganz gut hier. Und ja Leute, ich ballere hier gleich mal Shader rein. Lass das Ganze hier ganz schön, schön toll wirken. So, da haben wir vier Schneebälle, noch ein paar Fische. Da ist noch ein Eisen und so und so und so und so weiter und so fort. Ein paar Pfeile. Okay, dann würde ich sagen, craften wir mal. Ähm, elf Eisen, perfekt. Okay, elf Eisen, dann. Der Schwert auf jeden Fall. So, zack, zack. Das da wegwerfen. Ah, ich hätte jetzt noch... Ach du Scheiße. Renn. Okay. Ich nehme den Apfel. Hab jetzt vier Leben. Vier Leben habe ich. Komm. Rückstoß 1. Das ist ja scheiße. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit kriegt man in Ender Games so viel Dreck. Komm her, Junge. Bleib stehen. Komm her, Alter. Jawohl. Jetzt schnell weg hier. Perfekt, sage ich nur. Perfekt. Wir wurden noch nicht geportet, jetzt müssen wir aufpassen. Erstmal. Rüstung anziehen. Bogen ausrüsten. Dann könnten wir rein theoretisch schon auf den zweiten gehen. Ah, perfekt. Der ist noch ein bisschen entfernt. Sehr schön. So, den haben wir gerade gegeben. Okay, das brauche ich. Das brauche ich alles nicht. Zack, 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 zack. Zack. Redstone. Für was Redstone? Ey. Für was? Ohne Witz. Für was? Redstone. So, wir sind schon mal... Ja. Wir haben etwas an Leben. Das ist schon mal so recht gut. Ich werde jetzt auch so lange zocken, bis ich gewonnen habe. Auf jeden Fall, das weiter geht auch. Das ist kein Problem. Rückstoß ist auf dem Schwert. Ja, geht eigentlich so. Weil man kann ja die Leute immer noch wegkommen. Und wir sollten uns genau jetzt eine Diabrucht machen. Ich sehe den. Zack. Komm schon. Jawohl. Nächste Herzen sind dabei. Freunde, sehr schön. Oder hat die hier... Ja. Nochmal schön was an Sachen hier. Nächster Gegner kommt auch gleich. Zuerst was fressen hier. Kommt der? Ja, der kommt. Kann er gerne haben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich nehme direkt Heilung. Sonst wird es eng. Wo ist der Nächste? 100 Blöcke. Wird sagen. Jetzt 20. Da oben ist er. Flüchtet der? Jawohl. Der soll gerne flüchten. Denn ich crafte mir jetzt erst mal eine Full Iron Rüstung, wenn es geht. Hä? Leute, was... Was... Was los hier? Das liegt doch alles nur an der Pflanze. Schaut. Lag alles nur an der Pflanze. Okay. Was haben wir hier drin? Noch ein Eisen. Das ist da noch ein bisschen Essen. Ja. Das... Ja. Wir haben jetzt... Gut was an Leben bekommen. Wir haben jetzt mehr... Als alle anderen Spieler. Das heißt... Wir sind schon mal klein im Vorteil. Ich weiß nicht, warum es jetzt schon wieder so gut funktioniert. Das ist jetzt meine erste verkackte Aufnahme. Wo ich mache ohne den Raffo. Und es läuft einfach alles so perfekt. Ohne Witz. Es leben noch relativ viele Spieler. Und... Ich bin... Ich bin... Gut ausgerüstet. Ach man... Kann man nicht meckern. Ich weiß, was ich jetzt noch machen kann. Die Level mehr geben. Zack, zack, zack. Der Hammer sie. Und dann können wir eigentlich Attacke machen und noch mehr Herzen sammeln. Weil es ist immer gut. Wenn ich mehr Herzen kriege. Herzen kann man... Ab jetzt ist eine Phase, wo... Ich... Im Vorteil bin. So, der kann im Wasser gerne bleiben. Komm. Komm schon. Okay. Das ist halt scheiße. Der kann jetzt flüchten. Das ist... Das ist nie schön. War... Aber ich hab... Ihr seht schon. Er hat mehr kassiert als ich. Deswegen... Oh man. So, jetzt geht's ab hier. Wollte grad meinen Bogen verzaubern. Aber nein. Das geht jetzt doch nicht. So, sobald ich bei ihm bin. Komm. So, jetzt aber. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ey, jetzt bin ich schon wieder hinter dem. Die Sonne strahlt mich an. Ich hab zwar keine Pfeile mehr, aber... Es kann nicht schaden. Die Diabrusht vielleicht auch noch. So. Ich könnte zwar jetzt noch meine Hose verzaubern, aber das ist mir relativ scheißegal, wenn ich jetzt auf der Brustplatte jetzt schon... Das ist ein gutes Hub. Ey, komm ey. Ihr habt schon, ihr seht schon, meine Herzen. Die werden auch noch mehr umso... Umso länger sie wegrennen. Das werden immer mehr. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Er kann von mir aus... Pfff... 15 Milliarden... Blöcke wegrennen. Und ich werde mit dem 1000 Mal geportet. In der Razzmatch Arena hat er dann eh keine Chance mehr, weil ich so viele Leben hab. Der, 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 der ist am Arsch. Junge, der kann eigentlich jetzt schon machen, was er will. Der könnte zu mir kommen, wohl, die er verzaubert. Und ja, bis dahin hätte ich eigentlich auch schon relativ gute Sachen. Aber... Er muss abhauen. Nein, jetzt sammle ich wirklich die ganze Scheiße hier auf. Junge, Junge, Junge. Er hat einen Bogen. Was für ein Kit ist er? Pfff... Ich sammle hier mal die Pfeile ein. Leute, es wird dunkel. Es wird... Dunkel, erst... Erst das Kit. Er hat das Kit. Känguru und jetzt werde ich geportet. Junge. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Zum Glück habe ich so viele Herzen, sonst wäre ich jetzt schon wieder am Arsch. So. Junge. Okay. Den brauch ich eigentlich nicht so viel. 200 Blöcke. Ich mache jetzt hier mal den Shader aus, weil es dunkel wird. So. Was haben wir hier Schönes? Einen schönen Helm. Helm, Helm, Helm. Ich will einen Helm. Schuhe habe ich schon. Habe ich schon. Helm. So, die Äpfel hätte ich auch noch gerne. Jawohl. Okay, dann haben wir hier noch Dias. 14 Dias, Leute. 14. So, jetzt wird es eng. 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 Aber ich habe ihn nochmal weggekombot. So, ich brauche Goldäpfel. So, jetzt hier nochmal ein paar Goldäpfel gefressen. Und dann. Ja, also. Der kann da ruhig mal ein bisschen. Rumklettern. Ich mache mich in der Zeit mal schnell. Ne? Kann er haben. Ja, kann ich gerne schießen. Also. Ne? Ich habe kein Problem damit. Sammle ich deine Pfeile liebend gern ein. Jetzt kommt noch einer von hinten. Verkackern. Alter. Seht ihr? Ich könnte die Beile kalt machen. Kommt her. Ich habe genug Zeit, bis ich geportet werde. Also. Ich habe genug Zeit. Aber schaut es euch an. Wie viel Leben ich habe. Ey. Leute. Ohne Witz. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ein Team. Ich glaube es nicht. Da mache ich halt ein Team kaputt. Junge. Ersch da weg. Komm schon. Nein. Au. Aber. GG Teamer. Alter. Wie ich die auseinandergenommen habe. Ja. Scheiß Team. Alter. Das ist. Oh Mann. Ich glaube es nicht. Das gibt es doch nicht. Warum müssen die Teamen? Alter. Junge. Ey. So was. Alter. Yo. Ein Team. Als. Ach. Komm. Ey. Das Spiel mag mich doch nicht. Ey. Ich habe so viel Leben. Was soll passieren? Ein Team kommt. Ja. Full dir. Was denn sonst? Alter. Ich könnte ausrasten. Ohne Witz. Aber egal. So wie es ist. Ist es jetzt halt. Wie lange nehme ich auf? Ja. 14. 15 Minuten. Jetzt schon. Ich würde sagen. Das war es für die heutige Folge. Ender Games. Ich hoffe sie hat euch gefolgt. Gefolgen. Ja. Nee. Gefallen. Auf jeden Fall. Über ein Abo. Oder. Ja. Falls ihr mich schon abonniert habt. Einfach liken. Liken. Alles liken. Ja. Und. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall liken. Und. Dann. Ich würde sagen. Probieren wir es. Probieren wir es. In der nächsten Folge. Nochmal mit Kittling. Mal schauen. Ob es dann wieder besser wird. Werd auf jeden Fall mal noch Minecraft Aura bringen. Aber. Nun gut. Ich würde sagen. Das war es für die heutige Folge. Ender Games. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.